so leute da sind wir beim nächsten booster xalan ich habe noch einen booster xalan gefunden ganz traurig und alleine im laden auf deutsch dachte ich so traurig und alleine wie das da rumliegt nehme ich es mal mit wahrscheinlich ist es wieder so ein findelkind was einfach nur super schlecht ist stachelschwanz ceratops 5-bana 4-4 und ceratops dinosaurier kann in jedem kampf eine zusätzliche kreatur blocken cool hüter der küste 1-mana 0-3 trillobit was ist denn ein trillobit egal acht mana opfer den c3 karten heiliger kack feuerkanon salve drei mana fügt einer kreatur dann erwahl drei schaden zu wenn ihr in diesem zug angegriffen habt fügt das stattdessen sechs schaden zu okay agent der königin 6-mana 3-3 lifelink immer wenn er ins spiel kommt erkundet er entdecke die oberste karte deines decks auf falls diese karte ein land ist nimm sie auf die hand lege sonst eine plus 1 mark auf diese kreatur und lege sie dann in dann die karte was und lege dann die karte zurück oder auf den friedhof himmels klingen der legionen 2-mana 1-3 fliegt okay die chance pfadfinderin dramana 2-2 wenn sie ins spiel kommt erkundet sie gefräßiger durchzahn dinosaurier dramana 3-2 und immer wenn der schaden zufügt zugefügt bekommt er erhält zwei lebenspunkte nicht schlecht entmystizieren 1-mana spontan zauber zerstörende verzauberung eurer wahl verschlagenheit 1-mana spontan zauber bis zum ende des zuges erhält eine kreatur eurer wahl plus 1 plus 1 und eine kreatur eurer wahl minus 1 minus 1 die ergegnung kontrolliert das ist ein ziemlich mächtiger spell zauberdurchbruchung uh spell pierce 1-mana spontan zauber neutralisieren nicht kreaturen zauber spruch eurer wahl es sei in der wirtschaft zahlt zwei mana mehr das schützende licht 1-mana spontan zauber eine kreatur eurer wahl kriegt unzerstörbarkeit bis zum ende des zuges mit hellsicht 1 nicht schlecht takelage kletterer 1-mana 1-1 erzschlag und wenn ihr den spielt nachdem ihr angriffen habt kriegt ihr eine besonderes 1-marke und unsere letzte ankam moderer moradierender beutejäger 4-mana 4-3 wenn der gespielt wird nachdem ihr angriffen habt könnt ihr eine kalle ziehen falls ihr dies tut wird ihr eine abwerfen und unsere rare ist unheilvolles flaggschiff 3-mana 3-3 piraten die ihr kontrolliert kriegen plus 1-0 das ist cool immer wenn das einem spieler kampfzahn zufügt wirft jeder jener spieler eine kalle ab und führt 3-mana man ja das ist ganz cool noch ein schatz ein sumpf und ja das war tatsächlich ganz cool wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ein neuer brexit tschau tschau